Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play L.A. Noire. Tja, wir sind degradiert worden und haben unsere Frau verloren und unsere Kinder. Wir sind der Sündenbock für alle, damit diese verdammte korrupte Polizei nicht dasteht wie Drogenhändler. So in etwa würde ich mir das erklären und Roy hat uns ziemlich verraten. Ja, also wir sehen mal weiter was hier noch so abgeht. Im neuen Dezernat. Der Gasmann. Was macht er da? Unsichtbare Sachen herumschrauben? Fehler, du spielst oder was ist los? Jetzt können wir mal neu anfangen. Oh, Mann. Okay, everyone. Keep it down. Cole Phelps joins the arson squad today. How'd you like porkin' that German whore, Phelps? Scheiße. Phelps ist up before a review board in December. Until then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case, man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Do we have an understanding? Yes, sir. Phelps, we don't want a fucking rat like Phelps. Can it, Tilden? Phelps, I'm partnering you with Herschel Biggs. I don't do partners. You know that, Phelps. You do now, Biggs. Hmm. Social basket cases like you two should get along just fine. Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long, then. Start with these two. House fires. 326 South Kenmore Avenue. Stefan's family was out of town when it happened. Then go to 4414 Rosewood family by the name of Sawyer. Fire brigade will be on location. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, detective. Get out of here. Both of you. Hmm. Get out! Scheiß, Dreck. So eine Scheiße, ey. Das macht mir den ganzen Spaß nicht kaputt, aber hallo. Halt mich verarschen. Nein, falsch. Äh, passt ein neues Outfit eigentlich. Der Außenseiter, der passt ja irgendwie. Hm. 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 Hm, der Außenseiter passt ja irgendwie, aber... Soll ich den nehmen? Ja, ich nehm den. Der hat auch einen Zusatzeffekt und sieht auch nicht so schlecht aus. Passt auch mit seinem grau und schwarz zur Situation. Wo ist mein neuer Partner? Da unten. Ach, so ein Dreck. Aus unserem guten Ruf ist ja nix mehr geworden. Dass wir überhaupt was arbeiten dürfen, das ist schon ein Wunder. Wow, okay, du bist ziemlich begabt. Toller neuer Wagen. Boah, das ärgert mich jetzt aber wirklich. So eine Scheiße. Das ist nur wegen Ehebrüche, heutzutage. Hier ist das voll normal anscheinend. Und wenn das heutzutage noch bestraft werden würde, wären aber viele im Gefängnis. Und diese Musik kenne ich aus dem Trailer, das ist wenigstens schön. Wie lange hast du jetzt gearbeitet, Arsene? Wir können das kleine Gesprächs-Bereich jetzt machen. Wir können die kleine Gesprächs-Bereich jetzt machen. Ich fühle mich nicht sicher, wenn du in einem Tank, wenn du in einem Auto schläfst. Ja, ja... Tausend Adressen aus, nein. Erzähl weiter, ich will jetzt hören. Erzähl weiter, bitte! Danke. Du kannst das kleine Gesprächs-Bereich jetzt machen. Wir können die kleine Gesprächs-Bereich wiederholst dich? Ich denke nicht so. Du fühlst dich, Hotshot? Du brauchst einen Freund? Du schaust irgendwo anders. So, das ist wie es wird, Partner? Ich habe bereits gesagt, ich habe keine Partners. Ich habe dich auf deinem ersten Tag gesehen, du bist in der Station mit deinem Kopf aufgerissen, wie ein kleiner Kind in der Konfirmation. Du hast mir die Zeit, und jetzt hast du jemanden, und das ist jemanden, was ich. Das wird nicht passieren. Das ist ziemlich ein Gespräch. Ich habe gehört, du bist der starken, silent-type. Du krankin' Wise, Phelps? Nein, Biggs. Ich habe die Eisbereich. Please, just drive, Hotshot. Come on, there. Was für ein Scharissen? Hm. There isn't much left. There never is, if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in her face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. Cap this one. Yeah. Mike Branigan, Cole Phelps. Nah, it's okay, Branigan. His name may be dog shit, but there's none in his hand. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? The fire started late last night. Steppen's family at Catalina Island. Won some kind of competition. Looks like the only thing we ever won in their lives. Let me come home with this. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is not a pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. Look at the whole block, then it burned down. Word is, they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for G.I. Oh. That's the man in the house. In the ruins. Teary lady is his wife. Well, take a look around. Come on, Phelps. Isn't that the cop who caught the guy that was with him to be dead? He's the dirty cop from the newspapers. Tja, jetzt hören wir nicht mehr, das ist der tolle Cop von den newspapers, also von den Zeitungen, der den Fall gelöst hat, sondern das ist der scheiß Cop da, der das Verbrechen begangen hat mit dem Ehebruch und so'n Scheiß. So'n Arc irgendwie. Wie wir von gefeierten Helden des Dezernats einfach so zur Lachfigur und zum Abschauen werden können. Ja, ich muss ein bisschen philosophieren, das ist so. Gibt's irgendwas zum Untersuch... Oh, ja. Gibt's sogar. Mein neuer Anzug gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist eine Bratpfanne. Wie viele Beweise gibt's in so einem Schutthaufen denn? Schuhe. Ich glaube nicht so. Na wenigstens den Schuh und die Bratpfanne habt ihr noch. Ist doch schon mal ein Anfang. Ihr könnt mehr draus machen. Was soll ich hier suchen? Hier gibt's nichts. Aha, das bringt uns viel weiter. Ich glaube, das wird uns helfen. So was. Tradition habe ich zwar keine mehr, aber ich kann ja noch machen, ob ich welche verwenden kann. Ich hab... Wow! Ich hab fünf Traditionspunkte. Woher das? Oh, cool! Aber ich werd sie jetzt nicht verschwenden. Wo kommt denn das? Vielleicht werden die wieder aufgefüllt, wenn ich den höchsten Rang erreicht habe. Keine Ahnung. Ja, irgendwie bringt uns das nicht weiter. Aber wohl. Jetzt könnte ich eigentlich faul sein und irgendwie Traditionspunkte einsetzen. Weil ich werd nicht immer wieder aufgefüllt bekommen. Ist ja geil. Ein Hinweis. Toll. Hat ja viel gebracht. Oh, schauen wir uns ihn trotzdem an. Ah, wenn ich hier vorbeikomme. Instahit. Interessant. Kennen wir doch. Ich weiß nicht. Ich kann gar nicht aufhören, das Spiel zu spielen. Ich muss den vorherigen Part unbedingt rendern und das dann mehr Speicherplatz schaffen. Äh, ja, okay. Schön für dich. Wie heißt das? Ich will... Ja, egal. Machen wir ja mal weiter. Reden mit den armen Leuten da. Mr. Steffens? Cole Phelps und Herschel Biggs. LAPD. Ich weiß, es ist ein schwieriger Moment, aber wir können uns ein Wort sagen? Don Steffens. Du warst aus der Stadt. Wir haben einen Preis. Wir hatten eine Wunderschöne Zeit. Wir haben das. Wir haben das. Du hast noch die Tickets? Ja, wir müssen sogar reden. Kannst du mir noch mehr über den Preis, den du gewonnen hast, Mr. Steffens? Weekend in Catalina Island. Meine, äh, Frau hat diesen Flyer in der Mail aus dem Suburban-Redevelopment-Fonds. Warum sollte er uns lügen? Hat sie es gelohnt? Hat sie es gelohnt? The Redevelopment-Fonds. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them. Ähm. Kann es auch die Wahrheit sein? Oh. GI-Hausen? Ja, something like that. Okay, wahrscheinlich hat er mit ihm verhandelt. Oh, das ist wahrscheinlich noch nicht so richtig. Passt schon. Hätte ich mal abzweifeln sollen. Once with him. You've seen the papers. I guess he's thinking about his own family. I'd say he's searching for some kind of Atonement right now. Der traurige Held, der geheime Held, der trotzdem irgendwie seine Familie beschissen hat. Hm. Oh. Hopp, 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 hopp. Ich kann nicht mal springen. Oh. Ja. Ich hab doch gewusst, dass ich irgendwann mal was mit dem da zu tun hab. Soll ich den Grinsekerl da ahnen? Den werden wir noch höre ich ins Kreuzfeuer nehmen. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need information on the Suburban Redevelopment Fund. Gas, Detective. Just checking. The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Huh. You have an address for them. There is one listed here. Corner of Beverly and Mariposa. Thank you. Bust. Okay, wo sind wir hin? Ja, was wollen wir als erstes machen? Äh, wir haben ja noch etwas. Zwei Fälle, na toll. Machen wir jetzt erst den hier noch. Boah, und jetzt ist es leck nicht. Ich mag es nicht, dass es so leckt, aber sonst ist alles okay. Äh, äh. So, jetzt hat er Platz gemacht. Ah! Ich wollte mich doch fertig machen. Und die Story ist trotzdem so scheiße spannend. Ich könnte kotzen sogar. Äh, wo ist das? Nee, nicht zur Orte. Nein, mal der gleiche Schmarr. Ähm, ja, irgendwo. Im Nirgendwo. Wir fahren trotzdem hin. Einfach nur so. Nein. Falsch, ich hab lang genug gedrückt. Also, ich habe eine Straße. Ich bin, ja. 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 11-K, your 211 is at the Bank of Arcadia, 253 Main Street. You're in a bunk? Is that cool? You're in a bunk club? Hands off, I'm sick! Nothing that a night in the tank wouldn't fix, bub. Now where did they go? What happened? Two guys made off with about a grand in a paper sack. Vag says he saw him leave. I'm right here, you know! Sir, you need to tell us where they went, now. They hit her for the parking lot! Toll, komm, sind wir da, löst sich schon alles. Hey, noch so ein geiler Wagen, ey. Schmeißen, äh, noch ein versteckter Wagen, hallo? Schmeißen die hier mit versteckten Wagen um sich, oder was ist los? Wegen oder Wagen? Verdammt, immer noch die gleiche Frage. Ich glaube, wegen. Nein. Geh mal aus und... Shit. Shit, das habe ich... Oh, jetzt habe ich nicht mal gesehen, dass da ein Zaun ist. Okay, wir können es nochmal versuchen. Warme. Ja, nochmal versuchen. Oder? Ja, äh, eh, klar. Machen wir es nochmal. Wir sind ja nicht so. Ja, ja, ja. Wir sind ja nicht so. Ja, ja. Ich gehe vor den Tiedern. Das müsste uns die Ssonne von B****a unternehmen. Warme, jo. Sorry, aber du musst mir reingerahnd. Hey, unfair. Mucho grande unfair. Ich habe so gewusst, wir springen hier wiederum wie ein Gummibärchen. Boah, fährt der mit uns im Kreis oder was ist los? Anhalten, Polizei. Solange du keine Zeitung gelesen hast, brauchst du Respekt vor mir. Kleiner. Schieß halt. Vertraue dir. Ah, geschafft. Nein. Hätte mich auch gewundert. Ja, verdammt. Boah, fuck. Also den Wagen kann man nicht mehr gebrauchen. Schade. Verdammt. Ich wollte den schon haben, aber nein. Ja, ja. Wieso läuft es in Polizei? Leben? Für den armen Cole Phelps. Alle sind böse auf ihn. Und er kriegt nur noch solche kleinen Fälle für das Branddezernat. Jojo. So, wir fahren jetzt zu dem nächsten Eisbrand. Ich muss mich über die Casenote fragen. Ich frage mich, wie viel... Ach, egal. Du solltest übrigens fahren. Du kennst den Weg. Du kannst fahren. Okay. Er ist böse oder wild. Was? Was willst du? Soll ich dir... Der ist die Hand küssen. Soll ich den diesen? Endlich. Noch ein Hauspunk und noch eine Familie, die alles verloren hat, nicht wahr? Wir? Du hast ein Apartment? Was gibt es? Das ist Cole Phelps. Du hast es gehört? Oh, jetzt verstehe ich es. Hallo Phelps, willkommen in der netherworlden Osten. Eine Familie von vier haben das in ihren Betten. Heiter explosion. Ja, eine andere? Es sieht so aus. Insta-Heat Model 70. Bevor du dich aufregst, wir bekommen ein paar Wasserpächer pro Monat. Schau mal auf das Jahr und siehst du, was du findest. Mal! Du willst es raus? Ich werde versuchen, Mal. Was hast du? Eine Familie von dem Namen Sawyer. Mutter, Vater und zwei Kinder. Oh. All in bed from the looks of it. I'd say carbon monoxide poisoning. The burns are superficial. Time of death? I'd say about midnight. Anything more exact will take some time to determine. Lynch tells me this has something to do with a faulty water heater? Could be. There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, Detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve quite a few cases. I need something concrete, Mal. Before the department gets wind of it. I'm an arson for a reason. I feel sorry for your wife and kids. It's not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any way I can. Thanks, Mal. Yeah. I'd say that's firm but fair. Yeah. Tell me not that I can investigate the burned bodies. Boah, eh. Okay. Fuck. Arme F... Arme Menschen. Arme Menschen. Arme Menschen. Furchtbar. Lebendig verbrannt. Schlimm. Wir haben da noch eine Uhr... eine Uhr. Ist das sonst der Zeitpunkt oder was? Nein. Mann, 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 Mann. Alles verbranntes Zeugs, das können wir nicht gebrauchen. Im Garten sollten wir uns ja umschauen. Hatten die etwa einen Hund? Verdammt, ist der auch tot. Und ein Football auch noch, Mann. Und? Scheiße. Er erwischt auch immer die Besten. Die kleine Familie, den Hund. Die Schaukel lässt sich bewegen. Was gibt's mit dir? Weißt du, was du sagen? Oder willst du mich nur ausspotten? Verspotten. Gehst du mal weg? Ich hab ja auch was zu machen. Damn. Der verbrannten Schutt. Wie soll ich da Hinweise finden? Aber man kann ja nicht ständig irgendwelche Direktionspunkte verwenden. Oder? Und hier drin ist auch nichts. Ja, ja. Mir ist nichts. Gut zu wissen. Da ich schlechte Laune hab, werde ich noch einen Intuitionspunkt verwenden, weil ich hier nicht Lust habe, ewig zu suchen. Tut mir leid, Leute. Ein Hinweis. Immer nur für einen Hinweis. Der ist ja ganz am Ende. Und jetzt den kleinen Scheiß hätte ich ja nicht sehen können. Unbedingt. Wieder Insta-Hint. Hey, Biggs! Ist das signifikant? Warum fragst du ihn? Wir sind der Wahn, der Top-Ermittler. Gut, Pein. Detektiv? Das ist der nächste Schaukel. Detektiv Phelps. Kannst du dir helfen? Sie sollten weggehen. Schon wieder. Aber little Henry hat sich krank, also sie mussten es kanceln. Was sind die Chancen? Wissen Sie, wer die Komponente rief? Gulliver's Reise. Auf Santa Monica Boulevard. Danke. Du bist ein großer Hilfer. Phelps. Der Mann über die Straße. Ich habe ihn vorher gesehen. Er mag Feuer. Was? Hauptsache ich renne nur wieder. Höchst. Höchst. Du kannst immer wieder aufhören. Stop! LAPD! Watch it. Wir haben eine ID auf dem Feuerholz. Stop right there. Hältlich. Was ist dein Name? Herbert Chapman. So you like fires? Some? Watching them or setting them. I don't want any trouble. Turn out your pockets. You're not a boy, aren't you Herbert? I keep myself to myself. And a cigarette. A cigarette in a matchbox gives you a five or six minute delay. You want more time, you use a mosquito coil. Don't you Herbert? You like this fire, Herbert? Hell no. I heard it over the fire radio. Sounded sweet. When you finish following your leads, come and see me at the fire station. Okay, der ist noch nicht so krank wie der eine, der einmal die Leicht geküsst hat. Aber trotzdem ziemlich krank. Boah, so viel Respekt haben die noch. Was ist das? Wenn es ein Todes ist, ist es nicht möglich. Der fire nicht mehr gibt. Es gibt keine Begriffe. Es gibt keine Begriffe. Ich glaube, es ist mehr als eine Begriffe. Der Hausfutter ist kohol. Erste, Heater-Futter, Gas-Empfors. Es muss ein Grund sein. Der Grund ist, dass du eine Star wieder bist. Verst du es. Es gibt es. Du fühlst es. Es gibt es. Es gibt etwas dazu. Ich weiß es. Was sagst du? Arson ist Inscherung. Es hat immer Inscherung. Wir haben immer noch die Begriffe geschehen, Biggs. Die Leute in diesem Haus sind tot. Geh deine Hände, Selbs. Dieses Hero-Business ist eine vollzeitige Obsession mit dir. Ich werde diesen Begriffe machen. Ich werde die Begriffe machen. Ich werde die Begriffe nehmen. Hilf mir oder bleib aus meinem Weg. Hast du das? Mann. Scheiß Dreck. So. Das ist jetzt echt nicht mehr lustig. Das ist schon richtig ernst für Cole. Mann, oh Mann. Was machst du das? Wäre ich mal im Verkehrsdezernat geblieben, dann hätte man nie was mit Korruption zu tun gehabt. Aber nein, miterst können wir die Mordkommission. So, egal. Es geht nicht. Da ist ja nicht. Malz da. Nein, das hat nur mit diesem Dahlia-Feld zu tun. Das Dahlia-Feld zu tun. Da hat man schon ein bisschen Korruption geschmeckt, als er das vertuschen wollte, wer es war. Weil es irgendein hoher Politiker war. Also, ich weiß nicht, der Cousin oder der Bruder von einem hohen Politiker. Und danach sind wir in die City gekommen, wo er das größte Drecksloch in all den Apartments in L.A. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Leider. Aber leider haben wir schon im Verkehrsletzern... Eigentlich... Roy hat uns das alles eingeprockt, wenn wir unter den... Ohne den hätte man nie diese Deutschen da kennengelernt. Weil der hat uns ja in diesem Club gefilmt, dort haben wir ihn zum ersten Mal gesehen. Jetzt haben wir diesen... Aha. Diesen Kerl da an der Backe als Partner und können uns auf eine Anhörung freuen. Da würden wir wahrscheinlich eh gefeuert werden. Da sind da... Die lachen über alle Departments. Mann, ich kann mich auch aufregen, ey. Und wann sind wir endlich da? Ich feiere ja alles um aus... Okay, das war zu viel für meinen Wagen. Kein Problem. Man kann sich ja... Man kann sich ja neun holen, ne? Ja, ich bin der Cop, der alles vermasselt hat. Mir tut's ja auch leid. Super leid. Oh, das ist der Cop, die sei einer, der Ehebruch begangen hat. Den gebe ich ja nicht, mein Auto. Verpissen Sie sich. Ich gebe nur netten Cops, die ihre Frauen auch richtig behandeln und nicht Ehebruch beginnen, meine Autos. Ja, so bin ich, ich Otto, normal Verbraucher. Bum, you! Jetzt habe ich... Jetzt habe ich Hunger auf Hot Dogs, ey. Was machen? Ach so, ich habe gerade gedacht. Die sind behinderte und sitzen so blöd da und merken gar nicht, dass es kein echtes Flugzeug ist. Wohl kaum. So behindert ist keiner. Detektivs, Phelps & Biggs, LAPD. John Cunningham, kann ich euch helfen, Herr Präsident? Wir haben Reise, um zu glauben, dass die Sawyer-Familie von 4414 Rosewood Avenue vorhin eine Komponente, die von eurem Unternehmen gewonnen hat. Ja, ich erinnere mich. Sie haben uns geholfen, dass sie uns in der letzten Minute gewechselt hat. Einige Kinder war krank. Sehr införtlich. Wollt ihr mich, wenn ich das mal schaue? Nein. Edminder ist auch die andere Familie aufgeschrieben. Wer ist denn die andere Familie? Egal, wir werden es schon sehen. Da sind die Steffans. Hier sind sie. Steffans. Tell uns über die Suburban Redevelopment Fund. Da ist nicht viel zu sagen. Sie machen eine Promotion. Die Promotions-Mailung-List-Familien-List-Half-Half-L.A. Und? Ja. So, sie sind nicht eine Regierung? Ich glaube nicht. Die Organisationen nicht immer in Promotions-Mailung. Ich bin gesagt, die Tickets waren ein K мыst. Ja, sie waren. Sie machen viele diese K unerzischen K um. scholarly werden. SS-Mailung, ihr habt diese Promotionen... documentaries runningen an einem Tag. Wenn du das Glück hast, kannst du dein Name aus dem Motiven. Mhm. Saffern? While the Sawyer family were supposed to be at Catalina Island, their house burnt down. You consider them lucky? Christ. Sorry to hear that. Can you tell me who offered the prize won by the Sawyer family? Sure. Look, there was supposed to be some sort of supervised draw with hundreds of tickets. But the reality is the Suburban Redevelopment Fund calls me every couple of weeks and tells me exactly who's won. Thanks for your help. Uh, no problem. Wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the door. 50? Are you... Good man, Cunningham. You're all right. Yeah, I'm great. Poorer, but... great. Yeah. Oh, no, now we have this. Well, 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 now we have this. Let me guess. You want to check out the Suburban address. Great partners must make a lie, Griffin. the last... That's what we have to take. That's what they want to see. That's our last DNA. There... We will search. We will search for DNA. We'll search. I'll check out with the DNA. That's what he is. We'll try to check out. Our last partner. Wow... That's a small one. Oh... ... blablabla ich frage mich nicht ob ich hier in der Nähe yeah da hole ich mir doch gleich an verdammt scheiße die die markt aus ich verlese es ist wenn wir ein bisschen das kann dir gut tun so ist das Auto das ist ein kleines da haben wir ihn ja von dem ich geredet habe sind drei drei Redringen er ist sicherlich total schnell touristisch fahren wir wie süß Achtung die kleine Polizei im Anmarsch was beschimpft uns hier mit den Worten die ausgesucht wurden um Leute zu beschimpfen die es verdient haben wo ist denn der Scheiß wo ist denn der Scheiß wir sind bald da irgendwie geht mir langsam die Puste aus hier von wegen ach okay jetzt grad hey da ist sogar ein Auto auf dem Weg das sollte ich sollte ich mir irgendwie ein anderes besseres Auto holen weil das ist irgendwie publisch ja da irgendwo ist alles das ist ja das geht ich glaube das ist ganz okay ja das ist ein guter Wagen das passt doch zu unserem Fall das hat nicht so eine schwule Stimme von wegen Hupen ich ganz ganz kurzer Cut bis gleich Tja und schon habe ich vergessen aufzunehmen wir waren wir waren gerade hier bei der Adresse hier konnte uns irgendwie niemand weiterhelfen ja deswegen machen wir uns dann zur Feuerwache auf aber das machen wir im nächsten Part ich wollte euch immer noch verabschieden ich bin euer WillShadow77 und das war's bis dann